Auch wenn die zuständige Magistratsabteilung MA10 übers Wochenende nach besten Kräften kurbelte, das traurige Ergebnis des Kindergartenskandals um Mini Bambini mit seinen zwölf Standorten und 800 betreuten Kindern in Wien konnte nicht mehr wettgemacht werden. Montag in der Früh herrschte allerorts Konvusion. Wie viele Kinder nach der Insolvenz und der Zwangsschließung der Klankindergärten tatsächlich ohne Betreuung waren, konnte auch das Büro des zuständigen Bildungsstaatrats Christoph Wiederkehr von den Neos nicht sagen. Rechnerisch müssten es um die 550 Kinder sein, deren Unterbringung völlig ungeklärt ist, denn bislang hätten laut MA10 in den letzten beiden Tagen 120 Eltern einen neuen Platz oder zufriedenstellende Angebote erhalten, was immer das heißen mag. Bereits zuvor waren 136 Buben und Mädchen von Mini Bambini auf andere Einrichtungen verteilt worden. Sicher werden sich andere Eltern auf eigene Faust um eine Alternative für ihre Kinder gekümmert haben, doch wissen tut dies im Rathaus niemand. Am Freitag wurde der Kindergartenkette Mini Bambini die Betriebserlaubnis entzogen. Es war die Konsequenz aus der Insolvenz der Klankindergärten einen Tag zuvor. Damit war eines der traurigsten Kapitel, in der an Skandalen reichen Wiener Kindergartenhistorie beendet. Die Kindergartenbetreiber waren im Jänner wegen ihrer dubiosen Geschäftspraktiken durch den Rechnungshof aufgeflogen. Millionen Zuwendungen sollen zweckentfremdet worden sein, Mitglieder der Betreiberfamilie sollen Gelder in die eigene Tasche gewirtschaftet und sich ein Luxusleben auf Kosten der Steuerzahler genehmigt haben. Als die Stadt auch noch Hunderttausende an Euro zurückverlangte, war die Kette pleite.